Und damit, hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder, ja, tatsächlich heute nochmal, ähm, einfach nur mal zur Info, und, äh, weil jetzt wieder was da ist, was ich machen will, und euch zeigen will, natürlich nicht verpassen will, und zwar die Untoten sind da, die Untoten! Ich find die super cool, die sehen richtig cool aus, die hab ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber die, die man da kriegen kann, sehen richtig, richtig geil aus, ja. Weiß nicht, das hier ist aber kein Untoter. Bist du ein Untoter? Der ist untot! Okay, man sieht's, äh, jetzt seh ich das auch, der ist so ein kleines zusammengebautes Wesen, aus verschiedenen Teilen, will ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, warum heute nochmal ne Folge? Ja, erstens wegen den Untoten, und zweitens, ähm, ja, ich war beim Arzt gewesen, ähm, das ganze Problem ist, dass ich vorher nicht beim Arzt war, und gedacht hab, naja, Wandelentzündungen krieg ich auch so hin, leider nicht. Ähm, ist leider ein bisschen mit in die Lunge gewandert, ähm, ist ein bisschen blöd. Hab jetzt Penicillin bekommen, und, ähm, hoffe, dass es mich denn bis zum Wochenende so ein bisschen fitter macht. Ähm, das Kratzen im Hals ist halt jetzt da, ne, war vorher nicht so schlimm, jetzt ist es halt da, und ich kann's nicht ändern. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, möchte ich doch jetzt wenigstens mal die Untoten angucken, und machen, und touren, und so. Oh, ihr wisst Bescheid. Ähm, ich hab mir jetzt mal angeguckt, die, die man hier so kriegen kann, find ich richtig geil. Also, der sieht doch mal richtig gut aus, oder? Also, ich find, und von dem, was er kann, ja, so auf der Endstufe, das find ich richtig cool, das, das, das ist so ein cooles Bild. Und ich würd so weinen, wenn ich den bis zum Ende nicht zusammenkriege. Ich würd so weinen, ich würd so weinen. Aber er sieht so cool aus, ne? Er sieht unheimlich cool aus. Also, ich weiß nicht, ob's jetzt eine supergute Karte ist, aber ich find den jetzt halt, weil er Blitz 3 hat, und Frost Breath, auch noch, ähm, ist halt schon ne massive Hausnummer, wa? Ja, äh, den will ich nicht als Jäger haben. Der hier sieht natürlich auch ganz cool aus, ist jetzt nicht so das Beste, aber auf jeden Fall ein gutes Artwork. Ähm, ja, also das Artwork gefällt mir auf jeden Fall, von dem Herrn. Und dann geht's ja hier noch weiter, hab ich noch gar nicht reingeguckt gehabt. Da hätten wir ja überall schon reingucken können. Aber sieht der nicht geil aus? Der sieht so cool aus. Auf der Endstufe, wieder mal, oah, richtig gut, richtig gut. Aber ich glaub, ich steh einfach nur auf so leuchtendes Zeug. Du brauchst nur irgendwie Neonzeug und so, dann, äh, ja, dann, dann bin ich schon wie die Motte zum Licht. So, ich hab noch nie mal auf die Uhr geguckt, ich weiß nicht mal, wie lange wir schon streamen, äh, aufnehmen, sorry, streamen, 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 ja, streamen war was. Am Wochenende wollte ich streamen, werden wir sehen, ähm, kriegen wir bestimmt hin, kriegen wir bestimmt hin. Ähm, das Penicillin, ich fühle mich jetzt schon so nach der ersten Pille so ein bisschen besser, kann auch an der frischen Luft gewesen sein, keine Ahnung. Ähm, muss jetzt jeden Tag halt drei so eine Pillen drin schmeißen. Und dann soll wieder alles Tutti sein, sagt er. Die sieht natürlich auch cool aus, allein schon wegen den Dingern da um sich rum, find ich das halt cool. Also, ich will sie alle haben, ich will sie alle haben und am besten dreifach, vierfach, fünffach, nein, also ne Vierfach-Version ist schon geil. Sollte man, solltet man, will ich haben, ja, das reicht mir schon. Bin schon zufrieden, okay, Spiel, danke. So, hier müssen wir uns durchkämpfen, ähm, da das hier jetzt natürlich auch nicht so rucki-zucki aus dem Handgelenk hier funktioniert, äh, weil wir auch so wenig Zeit haben und ich das jetzt natürlich heute noch raushauen will und es schon 19.10 Uhr ist, 19.10 Uhr, und ich das fertig kriegen will, ähm, muss ich natürlich hier jetzt das hier durchballern, äh, die sehen auch cool aus, muss das hier jetzt halt durchknöxen, so schnell es geht, wenn ich das heute noch rausbringen will. Ähm, muss sagen, ich bin ganz zufrieden, ähm, dass ich jetzt wieder Punkte gesammelt hab, also Energie gesammelt hab, die ich jetzt hier reinstecken kann, und es gibt wieder hier diese tollen Teile da, ich werd alles reinhauen an Energie, weil ich kann alles, 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 ich will die haben, äh, und ich würd mich da natürlich super drüber freuen, die zu kriegen, ähm, ja, was, äh, Kisten und so weiter angeht, muss ich halt sagen, sieht halt auch gut aus, ne, äh, was Kisten angeht, werd ich wahrscheinlich kein Geld ausgeben, das heißt, ich werd solche Sachen wahrscheinlich nicht kriegen, nicht so schlimm, ähm, gibt Schlimmeres, aber, so, aber die Sachen, die man so kriegen kann, ist ja auch schon schön, ist ja auch schon schön. So, gut, dann haben wir das hier schon mal alt rausgehauen an Energie, haben wir gar nicht, weißt du, warum, wir haben hier doch noch eine... Hä? Achso, das Event ist auch zu Ende. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui nicht hinterherhängen. Immer vorne weg, immer vorne weg. Ich glaube, da spricht gerade Penicillin aus mir. Ich bin viel zu aufgeweckt gerade für die Uhrzeit. Obwohl ich schweinemüde war. Vielleicht bin ich auch übermüdet. Jetzt verstehe ich, warum die ganzen Let's Player ohne späte Uhrzeit aufnehmen. Die sind einfach so hart übermüdet, dass sie dann rumschreien und rülpsen furzen können, ohne sich zu genieren. Ich hoffe, ich nehme das hier auf. Ich hoffe, die Folge wird nicht zu lang. Wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Passt mich nicht full. Ich habe gesehen, ich habe da noch mehr Energie. Ich weiß, aber die werde ich jetzt nicht nehmen. Da lag noch mehr Energie rum, Cliff. Warum nimmst du die nicht? Die nehme ich jetzt nicht, weil ich habe noch ganz viele andere Sachen zu tun. Jetzt hier. Ich weiß gar nicht, habe ich die normalen Kämpfe gemacht? Ich glaube, die normalen Kämpfe habe ich alle gemacht. Ich glaube ja. Die habe ich alle gemacht. Brauchen wir hier den letzten noch raus. Aber, Junge. Tja, hier haben wir keine Kisten mehr. Machen wir schnell. Machen wir schnell. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ach Mann, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade so himmelig bin. Verstehe ich gerade gar nicht so genau. Oh nein, wie kann ich denn jetzt einen Spiele-Trend-Typik kriegen als Gegner? Ja! Das Spiel will mich doch direkt, ne? Und so von hinten, wisst ihr? Ohne Gleitge, ohne Spucke und mit Anlauf. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja! Komm schon, hau mir in die Fresse, ich liebe es. Oh nein. Aber wir geben uns nicht geschlagen, hier wird gekämpft. Hier wird gekämpft. Bis aufs Blut. Tschüss, Frosch. Ach. Weißt du, und ich muss damit mein kleines Puppelzeug antreten. Na komm, Mr. Spiele-Trend hier und so. Mach hin, ey. Mir wirst du alle, was du gewonnen hast. Alter! Okay, gut, ich werde jetzt hier nicht weiter Zeit verschwenden. Dann gibt's halt jetzt erstmal keine Kisten. Keine Kistchen für mich. Und zwar, genau. Wir haben noch hier, wir haben noch da. Wir haben noch überall. Warum geht das nicht weg? So, ich muss jetzt erstmal, Moment, Moment. Ich muss jetzt erstmal. Alles klar. Ich muss mich erstmal selber finden. So, das ist was ich wollte, hab ich gemacht. Ein bisschen Kohle wieder drin. Kleines bisschen Kohle. ähm, dann dann, 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 falsch dann, 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 dann dann, dann dann, 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 dann dann, 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 dann kommt nein das erinnert mich an Untot so Untot wieder zurückholen, vollen Soldier Moment, habe ich nicht schon zwei von denen wo wir erstmal zwei zurückholen hier nicht übertreiben Hallo Hallo den haben wir auch noch welche den haben wir glaube ich gar nicht mehr den haben wir auch noch, dann könnte ich vier Stück von dem zurückholen könnt ihr ja in die Kommentare schreiben soll ich die zurückholen oder nicht oder ja oder nee oder ja so, ähm die Engeltante hier die könnte ich jetzt auf Vierfachfusionen bringen ich denke, das werde ich jetzt auch tun tun machen, Tuten ähm ne, das mache ich später das mache ich dann auch noch ruhig und, äh verdampfen brauche ich jetzt auch nicht machen also machen wir jetzt hier mal Kistchen auf wir werden auf jeden Fall mal schauen ich habe da auf jeden Fall äh, jetzt noch so viel zu tun wir werden jetzt die Karten alle durchforsten Staub brauchen wir natürlich noch ein Löcher dadurch da reichen läppische 500 nicht aus reichen vielleicht für eine Vierfachfusion ding, ding, ding ach, Mr. Spiel ist wieder geizig heute zweimal geizig Frechheit den will ich nicht den will ich auch nicht den will ich auch nicht nee, den will ich auch nicht nee, den sowieso nicht den hat man schon nö, alles klar gut, denn halt nicht dann eben nicht und zack, 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 zack verdampfen, 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 verdampfen verdampfen verdampfen, 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 heken, verdampfen, v파en, verdampfen, hink, siu, ich bau, ICH not just, u share, die Dachte ich, ich hatte schon einen. Das verwirrt mich ein klein wenig. Aber okay. Dann komm du auch zurück. Komm zurück zu uns. Weil der soll ja gut sein. Also wird das gemacht. Dann wird gewacht. So. So. Das wäre es jetzt gewesen, oder? Seid ehrlich, ihr hättet euch gefreut. Ihr hättet gelacht. Guckt dir die Blödie an. Er holt sich die Garte wieder. Und dann verdampft er das Ding direkt wieder. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann nicht verstehen. Ich hätte auch gelacht. Also, wenn es nicht ich gewesen wäre. Wer das macht. Ihr versteht. So. Numero uno. Numero dos. Numero tres. Und. Ah. Das habe ich jetzt versaut. Cliff wieder, ne? Der Cliff wieder. Der haut hier wieder die Dinger aus. Der Cliff, der macht Sachen. Oh, ihr seht. 500 Staub reicht nicht aus. Auch mehr. Mehr Staub. Ähm. Diese dämlichen Heuschrecken. Ich schwöre dir. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann landet ihr im Topf. Hm. Na ja, gut. Ähm. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ein paar Sachen. Ich brauche noch so viel Staub. So viel Staub. So viel Staub. Ja. Ähm. Mh. 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 Er kann wieder rein. Er kann wieder rein. Der Roden kann wieder rein. Ja. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen am Deck rum pfuschen. Und, äh, hoffe es hat euch gefallen. Für den kleinen Einblick, den wir hier gerade hatten. Ähm. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber wirklich erst morgen wieder. Das heißt, wir hauen uns durchs Melstern. In so wenig Zeit, wie es leider geht. Gut. Also dann. Bis morgen. Tschüssi. Tschüssi.